Wir sind bereit. Kontakt folgt Salomo. Caracas, Venezuela. Wo ist Venezuela? Wo ist Caracas? Für Hamburg ist die Ausstellung Gego Line as an Object to Play ein ungemein wichtiges Projekt, weil Gego ja 1912 in Hamburg geboren ist. Danach Caracas emigrierte. In Caracas, in Südamerika überhaupt, ist sie ein Star. Und hier ist sie bisher noch viel zu wenig bekannt. In Deutschland überhaupt. Später wurde ich in die Privatschule von Margarete Mittel am Graumannsweg geschickt, wo ich mich langsam mit einer Neigung zum Enfant Terrible entwickelt habe, mit eigenen Meinungen und gewisser Opposition. Gego hat von 1932 bis 1938 an der Technischen Hochschule bei Paul Bonartz, dem Architekten, studiert. Line as object to play with. Oh, ich liebe das. Line as object to play with. Ich meine, nichts kann besser sein als das. In Caracas haben sich ihre Werkzeugkästen erhalten und auch ihr unerschöpflicher Materialfundus. Die Autobiografie von einer LINE, von 1964. Die Autobiografie von einer LINE, von 1964. Die Autobiografie von Gego 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 Transparenz.